Schau mal deine YouTube-Startseite, Max. Du Wichser, wieso ist hier alles voll Animes? Rock Lee vs. Gaara Naruto Top 10 Legendary Epic One Piece Moments Yujuru unleashed his full power against Kai, Yukaku, Baki is shocked to see Was hast du mit meinem YouTube-Algorithmus gemacht? Luffy immediately knew that Usopp was Yasops son, even though it was the first time he met him Halt doch die Fresse, was hast du gemacht? Aang vs. Ozai, full uncut Final Battle Avatar Ich hab mir so viele Anime-Videos angeschaut Warum machst du das? Oh man, Diablo 4 Review, wie gut ist Diablo 4, wenn ich keinen MMO-Gedöns mag? Oh, ich hab ne Anime-YouTube-Startseite jetzt, was hast du getan? Is One Piece Cookbook any good? Oh man, ja, ich mach mir einen neuen YouTube-Account Ich hab aber noch YouTube Premium, da muss ich mir das wieder kaufen, das geht gar nicht Ja, ich hab dich halt einmal in mein Setup gelassen Team 7 vs. Yugo, Boruto, Naruto, Next Generations Eine Sekunde aus 1000 Folgen One Piece Wahrscheinlich ein gutes Video, hab ich noch nicht gesehen Würde ich jetzt draufdrücken Oh man Wenn's auf meiner Startseite wär, würde ich jetzt draufdrücken Das ist wirklich das Allerschlimmste Das ist wirklich das Allerschlimmste Untertitelung des ZDF, 2020